Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, mein Name ist Ji aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute mal ein paar Nachrichten, ja, von der Woche, vom Wochenende zum Wochenende. Und legen wir los, wir haben in den USA, ja, lustige Geschichten. Ihr wisst ja, einerseits wird gerade in New York über die GouverneurInnen abgestimmt, ja, dieser zweijährige Mining-Verbot für alle neue Miner, nicht für die bereits existierenden, für alle neue. Und, aber auf der anderen Seite haben wir sowas hier, ja, ein Unternehmen, dieses For Us All ist sowas wie eine private Rentenversicherung, ja, und die haben dann den Staat, beziehungsweise das Organ vom Staat, dieses Labor Department, verklagt. Denn die haben, also das Labor Department, die sagen, das ist ja nicht deren Aufgabe, ja, die haben einen Hinweis oder Empfehlung rausgegeben für alle Rentenversicherer, an der Stelle keinen Kryptos als Rentenanlageform zu wählen, ja, oder dazuzunehmen. Nachdem einige natürlich nur schon einen Schritt gemacht haben, ja, und die haben eben so argumentiert nach dem Motto, ja, das ist nicht deren Zuständigkeitsbereich und vor allem konkrete Empfehlungen ohne öffentliche Abstimmung darüber und Diskurs darüber einfach so rauszugeben, das darf so nicht sein, ja, und das geht alles in die Richtung von diesem Executive Order von Biden, ja, der hat ja gesagt, hey, setzt euch zusammen und arbeitet so schnell wie möglich was aus, ja, und, ja, wir werden sehen, inwiefern das diese Klage an Frucht erntet oder Früchte erntet und ob das, ja, nur so ein Augenwischerei oder sowas ist. Also ich finde das schon definitiv sinnvoll, ja, sag ich mal, sowohl aus der Sicht der Diversifizierung, ne, von der Anlage als auch, ähm, sag ich mal, wenn man davon ausgeht, ne, dass Krypto, Bitcoin, sag ich mal, in den Jahren, in 15, 20, 50 Jahren, ähm, am Wert wachsen würde, ja, da zu sagen, hey, statt dem Fiat, ne, oder wie das bei uns typischerweise auch ist, ähm, ein Teil zumindest, ein kleiner Teil in Bitcoin anzulegen, ja, um praktische Inflationsbeständigkeit zu bekommen. Ja, das ist, äh, diese Geschichte. Wir haben E16Z, ne, natürlich die größte, ähm, VC im Bereich, im Bereich Krypto und, äh, die haben, ähm, was, eine Empfehlung ausgesprochen, beziehungsweise das ist deren Standpunkt und, äh, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich, ähm, endlich, sag ich mal, pragmatisch bin, ja, denn diese, diese extreme Schienen, ne, die beiden Seiten, die es gibt, natürlich die einen, die sagen, hey, wir müssen alles regulieren, soweit es geht, ne, ne, das ist natürlich von dem Staat und von, von den Regulatoren und auf der anderen Seite natürlich die Maximalisten der Kryptowelt, ne, ne, die sagen, hey, ne, ähm, wir brauchen keine Regulation, ja, bitte, ja, ne, so viel Selbstverantwortung und alles, wie es nur geht, ja. Ja, ich denke, irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden extremen, ähm, äh, sag ich mal, Rand, ähm, Punkte ist dann die tatsächliche Lösung, die auch funktioniert, denn, ähm, absolut ohne Regulation wird das Ganze nicht funktionieren. Das habe ich zum Beispiel auch bei, bei der DAO, bei unseren DAO, den ich damals gegründet habe, wo ich versucht habe, ähm, was auf die Beine zu stellen, also tatsächlich auch, ne, wirtschaftlich, äh, hat mir mein Anwalt geraten, das, das wird nicht so funktionieren, ja, weil es einfach dafür keine, ähm, Vorgaben gibt und, äh, man weiß ja an der Stelle noch nicht mal, wie man das Ganze besteuert, ja, und, äh, geschweige denn, ähm, Verträge unterschreiben oder sonst was, ja, das ist alles ultra, ultra schwierig, vor allem bei uns auch und, ähm, ja, da hoffe ich tatsächlich auch, dass wirklich, sag ich mal, in nahen Zukunft, ne, so entsprechende Regulation rauskommt, um sowas tatsächlich zu regulieren und auch, ne, gewisse Weise, ähm, ertauglich zu machen, ja, für die, für, auch für die Interaktion mit der normalen Wirtschaft, ja, denn da sitzt nun einfach mal, ja, in der traditionellen Wirtschaft das meiste an Geld, ja, und damit das Geld, ne, letztendlich, das ist auch der Grund, warum die großen institutionellen Anleger alle da drauf warten, bis die Regulation rauskommt, ja, damit die mit dem Geld, ne, ins Krypto reingehen können, wenn die wollen. Ja, ey, 16Z, wir haben Binance, ja, in Zusammenarbeit mit The Weeknd, The Weeknd, ich glaube, vor ein paar Jahren war der ziemlich heiß, ich weiß nicht, ne, aktuell bin ich nicht mehr so in der Musik, ähm, drin, aber der macht anscheinend eine World Tour, ja, und diese zusammen mit Unterstützung von Binance, ja, die, da wird dann wahrscheinlich auf dem Bus oder sonst was, äh, Boot, Yacht, ähm, Flugzeug, Krypto-Power, ne, bei Binance und so, äh, draufstehen, klar, ja, ist nicht selbstlos von Binance, ja, und, ähm, es werden ziemlich viele NFTs dabei rauskommen, ja, und, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so eine Art Probelauf, ja, ist für Zukunft, wie das mit NFT abgewickelt werden kann, sondern die Karten, Fanartikel, ähm, Besuchsnachweise, sowas alles gibt, ja, und so Sammeldinger und, ich mein, das ist ja der Punkt, ne, vom NFT. Selbst wenn das Ganze vorbei ist, ja, diese World Tour, das ist ja wahrscheinlich ein, zwei Monate maximal, ja, mit, keine Ahnung wie viel, ähm, Stufen, also, ne, Stellen, wo der anhält und, äh, irgendwas sinkt, und wenn, selbst wenn das Ganze vorbei ist, die NFTs sind ja dann trotzdem da, ja, und für die Besucher oder, ne, die Leute es besucht haben und sonst was, die könnten das theoretisch entweder selber behalten, ja, als Andenken oder sonst was, oder die könnten es ja auch weiter verkaufen, ja, und, äh, dieser, dieser Verkauf, dieser Trade, ne, jedes Mal, wenn ein Trade stattfindet, wird natürlich über die Royalties Geld eingehen, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass der an der Stelle sagt, hey, äh, wenn ich sowieso World Tour mache, ja, warum nicht danach, ne, noch ein paar Millionen gratis, gratis Geld von den Leuten, die diese NFTs hin und her handeln, äh, einkassieren, ja, dafür muss er da nichts mehr machen, ja, der muss ja nur einfach seine eigene Karriere weiterbauen, ne, und dazu sehen, dass das Geld weiter reinkommt, und das ist ja auch der Grund, warum ich sage, dass NFT für die ganze Musik- und Kunstindustrie eine, eine große Bereicherung ist, ja, weil mit NFT investiert man, bzw. kauft man sich in die Karriereentwicklung von Musikern, von Künstlern und so weiter rein, ja, und unterstützt die auch gleichzeitig, ne, und, ja, das ist auf jeden Fall Binance und The Weekend. Wir haben einen Soros Fund Manager, ja, was ich mit diesem Artikel, ähm, eigentlich sagen will, bzw. ne, ist nämlich der aktuelle Markt, ja, der seht, wir sind ziemlich weit unten, ja, und, ähm, es kommt fast jeden Tag, ne, sowohl Nachrichten in die eine Richtung, als auch in die andere Richtung, ja, hey, wir werden wieder zurück auf 35 gehen, hey, wir werden 20.000 gehen und so weiter, ähm, das sind alles, das sind alle keine altruistische, ne, ähm, Vorhersagen, vor allem diese ganzen, sämtliche Vorhersagen, egal wie viele Profis dahinter stecken, wie viele Erfahrungen und so, das sind trotzdem nur Wahrscheinlichkeiten, ja, das sind keine, ne, definitiv, ähm, die definitive Aussage und, ähm, sondern, ne, ein Bärenmarkt, vor allem wie jetzt, ja, solche Aussagen zu tätigen, das geht für mich schon fast in die Richtung Bauernfängerei, ja, nämlich, ne, okay, ich sehe ihn sehr niedrig, ist vielleicht im Boden, Bitcoin ist seinem Boden sehr nah, ja, springen viele neue Anleger rein, denken, oh, ich krieg hier was günstiges, ja, ich bin super dabei, beim nächsten Bull-Markt werde ich so ein Milliardär und, äh, am nächsten Tag, zack, crasht das Ding nochmal 10%, ne, gerade in einem unsicheren Markt wie jetzt, ja, keine super schnellen Außen nach unten gehen, ja, und alle, die, die auf solchen Nachrichten lesen und da reingehen, ja, äh, Ethereum ist hier, um zu bleiben, Bitcoin ist hier, um zu bleiben, und so weiter, kaufen nicht rein, ne, kennen das nicht und dann verliert es über nach 20 oder 30% oder 50%, ja, und was machen die, gehen mit Tanik wieder raus, ja, also, verlasst euch nicht auf solche Nachrichten für Kaufen und Verkaufen Entscheidungen, ja, selbst nachforschen, wenn man sich für etwas entschieden hat, dann per DCA rein, ja, das ist der beste Weg. So, wir haben Salvador, na, ich hab das leider ausversichtlich geschlossen, ähm, hat gesagt, hey, wir sind immer noch nicht bereit, ja, unser Bitcoin-Bonn, ähm, zu launchen, ne, ist schon seit, ich glaub, eigentlich soll es ursprünglich im März schon gelauncht sein, und dann ist es noch später und noch später, ich, also, ich schätze im Hintergrund, ja, die sagen natürlich, es geht, ne, um die wirtschaftlichen, äh, um die aktuellen Situation in der ganzen Welt und auch Ukraine, ne, was da vorgeht und so weiter, ja, und, ähm, ich glaube, also, ne, das ist nur mein reines Bauchgefühl ist natürlich, dass die, die wollen natürlich, wenn der Bon rauskommt, dass möglichst viel Geld reinkommt, ja, und die einen unsicheren Markt wie jetzt, ne, scheuen natürlich gerade die Investoren bei so einem kleinen Land wie El Salvador, wo die Wirtschaft ziemlich am Rand ist, ja, ziemlich unsicher ist, ja, wahrscheinlich, ne, ich meine, was würde es für ein Signal setzen, wenn die diese Bon rausgeben und es kommen vielleicht die Hälfte, 50 Prozent des Geldes zusammen, was die erwartet haben, ja, die wollen natürlich, dass der Bon maximal überzeichnet ist und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das Ganze noch, keine Ahnung, drei Monate, sechs Monate hinausschieben, ja, bis alles sich stabilisiert hat und natürlich auch ihre eigene Bitcoin-Reserve, ne, wieder im Plus ist, ja, und nicht immer noch im Minus ist, denn, ja, man will ja natürlich auch als Investor mit Sicherheit reingehen, dass man letztendlich nach ein paar Jahren mit Gewinnen rauskommt, ja, und nicht, weil das Land plötzlich pleite ist, ne, man sein Geld nicht mehr zurückkriegt, ja. Mal gucken, wann die kommen, also ich, am Anfang, als die mit ihrem, ähm, als erstes Land der Welt mit ihrem, äh, Legal Tender rausgegangen, hab ich ja, ne, das ist auch bei Jubel, bei Jubel damals und dann gesagt, hey, was für ein Riesenfortschritt, aber mittlerweile muss man das tatsächlich ein bisschen, ähm, sag ich mal, pragmatischer sehen und, äh, äh, ich muss da tatsächlich an der Stelle sagen, das ist wie, wie ein, ähm, wie ein, ja, wie heißt es, Versuchsmeerschweinchen oder Tierchen, ähm, und wie das Ganze ausgeht, ist wirklich ungewiss, ja, ähm, wirklich ungewiss, und, äh, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit dabei, dass das Ganze scheitert, ja, wenn die nämlich hier nicht schaffen, ihre Schulden abzubezahlen und dann doch auf die IMF angewiesen sind und die IMF dann sagt, hey, werdet euer Legal Tender los, dann kriegt ihr Geld von uns, ja. Naja, mal gucken, ich drück denen die Daumen. Wir haben Coinbase, ja, das sind, ähm, kursiert aktuell sehr viele solche Geschichten auf, ähm, Twitter unter anderem auch, aber auch YouTube, ja, und, ähm, es sind, es sind Schicksale, ja, aber erstens weiß man nicht, ob das echt sind und zweitens, ne, ich meine, selbst wenn es echt ist, natürlich, ich hab Sympathie, ja, mit den Leuten, wenn es echt sind, die dadurch etwas verloren haben, die sogar ihre Zukunft, ja, aufs Spiel gesetzt haben und jetzt, ne, alles, ähm, verloren haben, aber andererseits, ne, muss man auch sagen, ich meine, ich kannte das zumindest von mir, ja, weil ich bin auch ziemlich, ähm, viele Stationen in mein, in mein Berufsleben durchgegangen und überall, ja, wusste ich schon ziemlich weit am Anfang und bevor ich meinen alten Job kündige oder irgendwas aufgebe, ja, muss ich erst sicher sein, dass ich einen neuen Job habe, ne, also einen neuen Vertrag auf der Hand haben, ja, dass man selbst an der Stelle praktisch diesen letzten Schritt gehen muss, ja, oder gehen kann, zu unterschreiben, einzuschicken, der Vertrag ist ja dann sofort gültig, ja, und dann den alten Job erst kündigen, ja, und, ne, wenn man, sag mal, in Hoffnung auf einen neuen Job oder auf ein Angebot, ja, weil es einem angeboten worden ist, direkt, ne, alles wegschmeißt und dann plötzlich am nächsten Tag entdeckt, hey, Coinbase hat seine Meinung geändert und stellt mich nicht mehr ein, ja, und ich habe jetzt nichts mehr auf der Hand, muss vielleicht sogar aus dem Land ausreisen, weil mein Visum mir das nicht erlaubt, ja, mehr als 60 Tage im Jahr arbeitslos zu sein, dann trägt man einfach auch selbst ein Stück bei der Verantwortung mit, ja, klar, Coinbase hätte man nicht wissen können, ja, und dass die jetzt plötzlich, ne, 10% abbauen, ist natürlich scheiße, ja, ähm, aber es ist eben das, was passiert und, äh, kann man auch nichts dazu sagen, ja, es geht einfach um Geld letztendlich und, äh, ich drücke den Leuten die Daumen, ja, die jetzt in Schwierigkeiten sind, dass die da rauskommen und wenn nicht, selbst wenn nicht, und selbst wenn nicht, ja, egal wie schlimm alles ist, ja, es geht trotzdem weiter, ja, und, äh, Kopf hoch, neuen, ähm, neue Möglichkeiten, nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten und, äh, ja, wir haben, ähm, die Regulatoren, ja, in den USA, ähm, verklagen Gemini, Gemini baut übrigens auch 10% seine Staff ab, also seine Mitarbeiter ab, ja, und zur gleichen Zeit, ähm, wurden die verklagt, weil vor ein paar Jahren die, mit, ich glaub, Futures oder Optionen oder sowas auf Bitcoin, ich glaub 2000, 2000, im letzten Zyklus war das, ja, hätten die wohl irgendwie im Hintergrund was gewurschtelt, was sie nicht ordentlich gemeldet haben, bei der CFTC, ja, und, ähm, wurden deswegen jetzt, ähm, ja, auch angeklagt, ne, ähm, wird vermutlich meiner Meinung nach, ja, mit einer Strafe enden, ja, vielleicht 50 Millionen, irgendwie sowas, ja, ist für den, ähm, Pipifax, ähm, Taschengeld, ja, werden die außer der, äh, Tageskasse bezahlen und, äh, damit hat sich's erledigt, ja, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, ja, schade, ne, dass die SEC an der Stelle die, die Verbraucher so doll schützen, ja, und, ähm, aber die, äh, die Großen, wenn die halt Fehler machen, ja, und das sind ja auch keine Ausrutscher, ja, die sich erlauben, aber dann, ne, so einfach durch die, den Lappen, äh, gehen lassen, statt zu sagen, hey, ja, wir schlagen jetzt mal auf den Tisch, ja, jetzt zahlt mal 50 Milliarden an Strafe, ja, und, äh, gut ist, ne, und die Strafe vor allem, ne, das Geld verteilen wir dann als, äh, in die Treasury, und die Treasury, äh, entschädigt dann die tatsächliche, wenn mal, ne, Kleinanleger geschädigt worden sind, die zahlen die dann aus. Naja, wird nicht so kommen, na, Wunschtraum. Wir haben Ape, ne, Ape wurde ja immer gesagt, hey, bei diesen so viel großen Anzahl an NFTs, was die rausgegeben haben, es ist ein Volkscoin, und das wird ja ein großer Hit, äh, das größte Ökosystem aller Zeiten, und so weiter und so fort, ja, ähm, kann tatsächlich passieren, ja, wäre möglich, ähm, ich glaube, wenn eins so groß werden kann, dann zum aktuellen Zeitpunkt hat Ape die größte Chance, ja, nichtsdestotrotz ist es einfach, auch genauso wie in Krypto, und nichts anderes, ja, ich meine, man kann es natürlich so, so schön reden für sich selbst, wie man will, ja, auch bei Ape, oder ob das bei Krypto, ob das bei Bitcoin ist, ja, es ist einfach eine Kopie, der bisher existierende, ähm, traditionelle Finanzwirtschaft, ja, es gibt wenige, ja, sehr, sehr super Reiche, die ganz weit oben sitzen, ganz viel Macht haben, und der Rest, ne, der kleine Rest verteilt sich da unten, auch bei Bitcoin, ja, da sind auch Wale da, und die haben auch, bei Bitcoin ist es vielleicht, ne, noch besser ein bisschen, und bei Ethereum auch, aber, nichtsdestotrotz, ja, die Struktur ist genau die gleiche, ne, und das sieht man hier, ne, die haben eine Abstimmung gemacht, ob die mit dem Ape Coin auf eine andere Chain umziehen sollen, weil natürlich die Gebühren dann günstiger sind, ne, die Kleinanleger mehr damit handeln können, und sonst was, aber nein, wurde natürlich dagegen gestimmt, ja, bleibt weiterhin auf Ethereum, ne, ziemlich deutlich, mit 91% dafür, aber wenn man sich mal anguckt, ne, also es sind 400, äh, 500, also ca. halbe Million Stimmen, also Ape Coin Stimmen, die dafür waren, ja, und ca. 50.000 Stimmen, die dagegen waren, so, und wenn man sich mal anguckt, die Top Stimmen, ne, hier, 76.000, das sind irgendwie sechsstelligen, hohen sechsstelligen Bereich, 300, 400.000 Dollar, im Wert zum aktuellen Zeitpunkt, ja, damals, wo es rauskommt, natürlich noch viel mehr, ja, schon in Richtung Million, und wenn die Top Ten einfach zusammenzählt, ne, die hier die meisten Stimmen hatten, und dafür gevotet haben, ja, da kommen wir schon fast auf diese, ne, 500 Millionen, und da sieht man einfach die extreme Konzentration der Coins, das heißt, es ist nichts anderes, dass die Top Ten oder Top 20 über das gesamte Ökosystem entscheiden können, ja, dass ihr an der Stelle ein Ape Coin habt, ja, ist ein praktisch so, so einen symbolischen Charakter, ja, dass ihr, ne, dass man da praktisch überhaupt mitstimmen darf, und so weiter, und so fort, kann man komplett in die Tonne klatschen, ja, das ist nichts anderes als ein Meme für euch, für die Ape Coin Halter, ja, denn die Großen sitzen hier am Tisch, und die Großen entscheiden, was gut, ne, in Anführungsstrich gut für das Ökosystem ist, und was die Kleinen dabei für, sich denken, oder, ne, davon halten, das interessiert kein Mensch, ja, also, ähm, nichtsdestotrotz, ja, immerhin haben wir hier die Transparenz, so wir wissen, ja, wer, wer stimmt dafür, wer stimmt dagegen, FAD Master hat dafür gestimmt, ähm, und, ähm, ja, wir sind halt alles Menschen, ja, es ist nicht perfekt, das System, aber es gibt uns eine Wahlmöglichkeit, die Wahlmöglichkeit ist an dieser Stelle das Ausschlaggebende, ja, wir können wählen, ja, ob wir in einem transparenten, trotzdem ungerechten System hineingehen, oder ob wir in einem intransparenten, ja, wie in der traditionellen Welt, und gleichzeitig auch, ähm, ungerechten System bleiben wollen, ja, und, ähm, entscheidet für euch, vor allem, ne, ob ihr Daumen hoch oder Daumen runter drücken wollt, denn das Wichtigste ist, ne, nicht Daumen hoch, Daumen runter, sondern zu kommentieren, abonnieren und die Klingel zu drücken. Das war's von mir, von heute aus dem Krypto Café, mein Name ist G, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.